Am 2. Juni diesen Jahres hat das Bundesfinanzministerium für kleine Anlagen bis 10 kW die Liebhaberei auf Antrag ins Leben gerufen. Es ist ein Paukenschlag und völlig überraschend, dass das Ministerium am 29. Oktober das vorgenannte BMF-Schreiben wieder aufgehoben hat. Es hatte also keine lange Lebensdauer. Was ab sofort gilt und ob aus der 10 kW-Grenze vielleicht bald eine 30 kW-Grenze wird, das klären wir jetzt. Mein Name ist Stefan Mücke. Wenn Sie an steuerlichen Themen und Gestaltungen interessiert sind, dann abonnieren Sie bitte jetzt unseren Kanal. Am 2. Juni hat unser noch Finanzminister Herr Scholz ein BMF-Schreiben zur Liebhaberei bei kleinen PV-Anlagen veröffentlicht. Ziel und Zweck dabei war es, eine Vereinfachung beim Betreiber der PV-Anlagen und bei der Finanzverwaltung zu erreichen. Knapp fünf Monate später hat das Ministerium das BMF-Schreiben aufgehoben, aber, und das ist die gute Nachricht, durch ein neues Schreiben vom 29. Oktober 2021 ersetzt. Die 10 kW-Grenze. Der Antrag auf die sogenannte Liebhaberei hielt weiterhin. Was bedeutet die Liebhaberei? Nun, man hat im Verwaltungswege eine Steuerbefreiung für kleine PV-Anlagen kreiert. Wenn die sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind und der Antrag gestellt wird, dann spart sich der Betreiber den Verwaltungsaufwand, die Einkünfte aus der PV-Anlage zu ermitteln, gegenüber dem Finanzamt zu erklären und bei positiven Einkünften diese zu versteuern. Werden tatsächlich jedoch negative Einkünfte erzielt, also ein Verlust, dann scheidet in der Konsequenz eine Verlustverrechnung mit anderen Einkünften aus. Die 10 kW-Grenze gilt pro Betreiber. Werden mehrere getrennte PV-Anlagen betrieben, ist trotzdem von einem Gewerbebetrieb auszugehen und die 10 kW-Grenze gilt einheitlich für alle Anlagen. Es gilt also Hopp oder Topp, also Liebhaberei für alle Anlagen oder für keine. Ohne Bedeutung ist, ob sich die Anlagen auf einem oder auf mehreren Gebäuden oder auf Grundstücken befindet. Die 10 kW-Grenze gilt also pro Gewerbebetrieb. Heißt aber auch, und das steht nicht im BMF-Schreiben, Ehegatten haben die 10 kW-Grenze zweimal. Der Ehemann und die Ehefrau. Theoretisch sogar dreimal. Zumindest ist das BMF-Schreiben da nicht sauber. Nämlich einmal der Ehemann, einmal die Ehefrau. Und wenn sich Ehemann und Ehefrau zu einer GBR zusammenschließen, dann auch noch für diese Mitunternehmerschaft. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass hier das BMF noch nachbessert. Auf welchem Gebäudetyp sich die Anlage befindet, ist ab sofort unerheblich. Bisher setzte die Vereinfachungsregelung ein Einfamilienhaus oder ein Zweifamilienhaus voraus. Jetzt kann es auch ein Mehrfamilienhaus sein. Entscheidend ist, dass der Strom nur eingespeist und oder zu eigenen Wohnzwecken selbst verbraucht wird. Die unentgeltliche Überlassung von Strom an nahen Angehörigen, zum Beispiel an ein Kind, was im Haus wohnt, hindert nicht. Sobald der Strom aber an einen fremden Dritten, an einen Mieter verkauft wird, scheidet der Antrag auf Liebhaberei aus. Gleiches gilt, wenn der Strom teilweise auch im Gewerbebetrieb oder in einer freiberuflichen Praxis verbraucht wird. Ein Mietverbrauch durch den Gewerbebetrieb oder die Praxis muss technisch ausgeschlossen sein. Ein Zwischenzähler soll nicht helfen, es müssten also getrennte Stromkreise her. Das häusliche Arbeitszimmer eines Arbeitnehmers wird hingegen ignoriert, wird ausgeblendet, hindert also diese Liebhaberei nicht. Die Photovoltaikanlage muss nach dem 31. Dezember 2003, also ab dem 01.01.2004, in Betrieb genommen worden sein. Für ausgeförderte Anlagen, Altanlagen, das sind Anlagen, die vor dem Stichtag, also vor dem 01.01.2004 in Betrieb genommen wurden, kann jetzt die Liebhaberei nach dem neuen BMF-Schreiben nach 20 Jahren beantragt werden. Für eine Anlage, die also am 01.10.2003 ans Netz ging, kann ab 2024 der Antrag auf Liebhaberei gestellt werden. Die Vereinfachungsregelung wird nicht von Amts wegen berücksichtigt. Es ist ein Antrag des Steuerpflichtigen des PV-Anlagenbetreibers erforderlich. Heißt also, der Steuerpflichtige muss hier selbst aktiv werden. Die Finanzverwaltung hat jetzt auch für die Beantragung Fristen vorgesehen. Bei Neuanlagen ab dem nächsten Jahr, ab dem Jahr 2022, ist der Antrag dann bis zum 31. Dezember 2023 zu stellen. Bei allen Anlagen, die bis zum 31.12.2021 in Betrieb genommen werden, ist der Antrag einheitlich bis zum 31.12.2022 zu stellen, also bis Ende nächsten Jahres. Wenn die Veranlagung 2020 oder früherer Jahre schon erfolgt ist und die Bescheide bestandskräftig sind, dann ist ein Antrag verfahrensrechtlich nicht mehr möglich und würde vom Finanzamt zurückgewiesen werden. Falls in früheren Jahren Verluste erzielt wurden und der Bescheid unter dem Vorbehalt der Nachprüfung steht oder hinsichtlich der PV-Anlage vorläufig ist, dann kann ein Antrag nach hinten losgehen. In diesem Fall würde der Verlust nämlich nachträglich gestrichen werden. Hier also aufpassen. Folgende wichtige Hinweise. Auch für Anlagen, die größer als 10 kW sind, kann sich eine Liebhaberei ergeben. Bei diesen Anlagen kann man sich dann aber nicht auf das BMF-Schreiben stützen, sondern es ist eine Einzelfallbetrachtung, eine Einzelberechnung erforderlich. Das neue BMF-Schreiben, die 10 kW-Grenze und die Liebhaberei haben keine Auswirkung auf die Umsatzsteuer. Unsere grundsätzliche Gestaltungsempfehlung, in den ersten fünf Jahren auf die Kleinunternehmerregelung zu verzichten und den vollen Vorsteuerabzug geltend zu machen, besteht also weiterhin. Haben Sie im Hinblick auf eine geplante PV-Anlage zum Beispiel im Jahre 2019 einen Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht, im Jahr 2020 die Anlage in Betrieb genommen, die Einkünfte erklärt und den Investitionsabzugsbetrag hinzugerechnet und beantragen jetzt für das Jahr 2021 die Vereinfachungsregelung, dann soll das nach dem BMF-Schreiben nicht steuerschädlich sein. Was Sie nicht machen dürfen ist, wenn Sie für das Jahr 2020 einen Investitionsabzugsbetrag beantragt haben, dann im Jahre 2021 die Liebhaberei erklären. In diesem Fall würde der Abzugsbetrag in 2020 rückwirkend entfallen und Sie müssten den gesamten Steuervorteil zurückzahlen. Abschließend möchte ich noch auf die gestrige Stellungnahme des Bundesrates vom 05.11.2021 hinweist. Darin hat der Bundesrat, die Bundesregierung und den Deutschen Bundestag aufgefordert, noch für dieses Jahr, noch für das Jahr 2021, eine Ertragssteuerbefreiung für PV-Anlagen mit einer Leistung bis zu 30 kW zu schaffen. Das hätte zwei Vorteile. Natürlich würden damit sehr viele Mehranlagen die Befreiung nutzen können und wir hätten endlich eine gesetzliche Regelung für eine solche Steuerbefreiung. Denn sind wir ehrlich, bei Gericht können wir uns auf das BMF-Schreiben nicht berufen. Das BMF-Schreiben hat keinen Gesetzescharakter. Es bleibt also spannend. Bei Fragen oder Hinweisen freue ich mich über Ihre Kommentare zum Video. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute, bis bald und auf Wiedersehen.